okay hallo zusammen hallo zusammen abermals und neuerdings nochmals aus göttingen ja ich habe heute einen sehr netten kontakt getroffen heißt aldo peruaner hier in göttingen leben und experte für viele dinge für was ist der experte für gastronomie koch selbst sowie für pflanzenheilkunde aber in noch viel mehr auch für kultur und wir werden schon tolle gespräche und kontakte die er in peru hat im bereich kultur schauspiel aber auf der anderen seite auch wieder naturwissenschaften mit sehr viel erfahrung hier in göttingen ich bin im café bar inti ich habe euch ja ich habe im text die homepage hinterlegt es heißt inti und alle die in eine nähe zu beru haben wissen durch was es bedeutet klar in die sonne guido hallo guido es hat geklappt mit aldo schön dass du zuschaust aldo sitzt neben mir aber heute sagt er ist nicht sein live video tag und das respektiere ich aber ich darf seinen namen natürlich nennen und was ich hier liebe also guido schön dich zu sehen trine ist auch dabei hallo trine das café hier in göttingen ist heißt in die aber es ist kein peruanisches café kein peruanisches café kein peruanische bar das hat in folgedessen gibt auch kein bisco hier aber was ist das und die die kenner der pre inka kulturen wissen das sie zeichen hier hinter mir was es bedeutet die hohen nukko die kultur hier auch das gemälde und hier das bekannte doa sonnendor ist das ja mit dem alpaca ja mal wieder sein ja aber es ist dann löse ich es auch es ist ein bolivianisches lokal und das an der paruanischen kultur nähesten liegen also ich habe mexikaner gesehen aldo hat mir spanier gezeigt okay also er sagt es ist das ist okay hier ist aldo seit 35 jahren in deutschland und experte hier ist das zeichen des restaurants inti die getränkekarte und aldo ist ist expert also wir haben uns heute du kannst ganz viel oder es ist vielseitig darf ich noch mal rum aber es ist ja sind verschiedene bereiche dass ich wenn das leben also meine existenz hier in deutschland und in peru ja verschiedene aktivitäten und deswegen kann ich ja eine chronik von von diese vergangenen seiten ja aktuellen becker ist dabei becker ist aus trujillo becker alvarez hallo becker und das ist ja deine deine stadt aus der du bist durch ja noch wo in lima geboren aber trujillo deine familie ja zum teil ja ja das holunder punch trinken wir und das ist so ähnlich wie chicha morada ja es sieht auch genauso aus in heiß bin ich gespannt gut ja ja thomas kreuzmann hat gerade geschrieben hallo thomas kommt auch aus trujillo die geschichte mit thomas 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 peru hat er gegen deutschland gespielt fußball länderspiel und ich war auch dort gewesen auf dem weg dorthin in mannheim peruanischer fan und ich habe ihn angesprochen das ist thomas er wohnt in ulm ist glaube ich auch musiker und seine mutter ist aus trujillo und vater aus deutschland und hat sich dann entschieden als junger wachsen nach deutschland zu kommen schön dass du dabei bist thomas also becker ist aus trujillo thomas ist aus trujillo irgendwie du hast auch eine nähe zu trujillo eine kleine verbindung eine kleine kleine verbindung ja ist eine wege lassen ja gut ja also viele aus meiner aus meinem wettwerk die dabei sind und übrigens ich hatte die habe ich aldo kennengelernt ich habe in der beru gruppe hannovas gefragt gehört göttingen auch dazu das wurde ja nicht richtig verneint aber nicht richtig bejaht sagen wir glaube ich göttingen ist gut toleriert in hannover und sagte ich bin in göttingen ein oder andere weiß es hat es mit mit verfolgt ich absolviere gerade die ausbildung zum interkulturellen trainer die findet in göttingen stadt weil es hier ein institut gibt das ausbildet und zertifiziert ja und sagt okay welche parana kann ich treffen und hat sich niemand gemeldet niemand und dann hatte ich freundlicherweise guido der auch schon mit dabei ist und heute zuschaut er hat mir den tipp gegeben ich kenne jemanden das ist aldo und ich schreibe ein sms und hat wunderbar geklappt und heute sind wir sind wir zusammen hallo jörg jörg drodegam ist auch dabei schön dass du dabei ist ja so die geschichte in göttingen und mit mit aldo der ganz viel zu erzählen hat sagt ja schon zu kultur zu gastronomie naturheilverfahren würde ich auch sagen das auch etwas wurde mich beschäftigt wir sprachen über meinen aufenthalt in madrid dios in puerto maldonado und ich konnte in bilder zeigen von flugzeug ausgemacht alles das eine ganz grün das andere leider sieht man illegale illegale goldgewinnung die zerstörungen eben auch die auswirkung auf den fluss und auf die ganze flora sehr sehr traurig ist auch ja ja was gibt es noch zu sagen also wenn dich jemand ja wir sind hier die eine die große universität in deutschland ja in flottingen ja ja geschossen ja es sind die 28.000 studente also sehr schöne innenstadt kann ich jedem empfehlen einmal stop over zu machen anzuhalten durch die innenstadt zu bummeln und zu laufen sehr viele fachwerkhäuser kopfsteinpflaster es ist schon gutes publikum finde ich gut gemischt und sehr sehr ruhig sehr gutes essen auch und ich hatte heute mittag ja ein video aus contigo contigo die der händler hat sein hauptzitz hier im gauten und du kennst ja und du herbst auch persönlich ja und heute hat contigo über 20 filialen online shop und beliefert alle weltläden also alle 500 weltläden über 100 mitarbeiter hat contigo und ich hatte mit mit ingo herbst gestern e mail kontakt und kurz auf hat er mich angerufen und war einverstanden dass ich so in dem contigo laden hier auch heute filmen durfte leider war zum glück war so viel los ist gut für den laden schade für mich dass ich dann kein interviewparte hatte das werde ich dann aus der rösterei da gibt es auch peruanischen kaffee gefilmt die größte kaffee rösterei guttingen ja die größte kaffee rösterei guttingen ja ok aber schöne information dazu ja ja ich hatte die ganze aroma des kaffees ja die wird in dem gebiet wenn das passiert ja das wird leider nicht regelmäßig gemacht in bestimmten tagen ok ja nachdem da ja und ich habe in contigo auch schals gesehen auch aus alpaca wir haben ja contigo auch über contigo sprechen also ein fair handel ja interneberal fair handel ja 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 was noch fehlt ist wirklich ein peruanisches restaurant sagt ihr schon ne es gibt alto hat mir mexikaner gezeigt wir haben spanier gesehen sehr schöner spanier auch meine studienkollegen sind heute im kubanischen restaurant auch das gibt es polifianisches restaurant fehlt ja bis in peru es ist guttingen ist nicht so einfach in gastronomie ok können wir so sagen etwas frech ja die gastronomie gottingen die preise und das konzept ist eine verlängerin der menschen ah ok also für die zielgruppe studenten dann ja und henrich heine hat eine in seinem Buch wiederreisen ja ja habe ich schon gehört die geschichte ja eine teil von was zu gotten bevor sehr sehr kritisch und das ist immer noch ja also weil ich es verstanden hatte der schönste blick nach göttling ist wenn man sich die stadt wieder verlässt sinngemäß ja aber ich habe hier gesehen Alexander von humboldt war hier und auch das hat mich sehr überrascht wer auch hier war benjamin franklin ja also also der us-präsident und viel mehr als nur nicht nur ein der präsident war ja auch ein charakter erfinder und ich habe seine biografie gelesen er ist ja mehrmals gescheitert ja vater vater der gründung der usa und immer wieder weiter gemacht und er war hier in göttingen als ich das das die gedanken dafür an dem haus sah war ich schon überrascht dass wenn du entfänglich hier war also Alexander von humboldt die bedeutung von uns in peru genau klar das ist aber nicht nur a humboldt die waren verschiedene figuren die damals damal da war in gottingen eine eine adresse ja eine adresse für die wissenschaft ja den eindruck habe ich auch ja ja ok cool Stein zum beispiel genau der Verwaltungsmann der Minister also viele wissen das vielleicht nicht der öffentliche Sektor heute ist von den Herrn von Stein aus Preußen so sagen konzipiert worden der Föderalismus und die Struktur da ist aus dieser Zeit das war 1880 1890 so etwas Ende 19. Jahrhundert war das war das der von Stein von Stein Föderalismus noch früher noch früher aber die Sache ist auch hier die war genau Bismarck ja das war genau Ende 19. Jahrhundert ja aber eine Reihe von großen Wissenschaft also Göttingen war vor vielen Jahrzehnten ein Zentrum der Wissenschaft das ist das ist so meine ja meine Wahrnehmung ähm gut ich glaube ja in der Romantik Zeit das war das war das war eine große die Königreich Hannover England die war natürlich ja ja also da genau für alle die ja Königsgeschlechter sicher sind bitte gerade mal ein bisschen weghören aus meiner Sicht also Hannover ist ja das Mutterhaus das englische Königshaus dann kommt auch Coburg dazu wo ich geboren bin das Queen Victoria der Mann Albert war Coburger so und dann wer jetzt mach ich den Schwenk gerade zu den aktuellen Situationen ähm vor einiger Zeit gab es in Lima eine große Hochzeit die auch durch genau der hannoveranische Prinz hat in ähm eine Limenja geheiratet und zwar aus dem Verlags in Barranco große Feier aber das ist von von Hannover ja von Hannover ja also andere Hannoveraner aber hier die Region Verbindung mit Lima ist über die ganze Regenbogenpresse gegangen stimmt und auch in Peru oh kommt ein Prinz aus Deutschland und hat geheiratet glaube ich in so eine Verlegerfamilie alte Verlegerfamilie ja aus äh Banqui okay ja für alle die Zuschauer also Juan ist dabei Dimo schön dass du nochmal dabei bist heute und viele andere live aus Göttingen aus dem Kaffeebar Inti jedoch Bolivianisches das Che Guevara ist hier im Hintergrund das ist das ist Hintergrund Bre Inga Kultur ihr kennt das äh und äh da es kein peruanisches Restaurant gab sind wir hierher gekommen und ich habe noch etwas dabei das ist gut ich habe noch etwas dabei was ich auch immer bei Peru Community Treffen dabei habe das ist die Fahne muss ich gerade hier Guido Hallo schön ich habe Aldo getroffen Guido der jetzt gerade nochmal dazu gekommen ist und Hallo sagt er ist sozusagen der Auslöser das erinnere mich an den das erinnere mich an den die heißesten Film die Wunder der Wölf von Amelie ja so hier ja Leute da nochmal da ist jetzt hier die Peru Fahne dabei da kann man das zeigen 33 Geschäftsideen das geht an Aldo und das ist sozusagen das Community Treffen in Göttingen aber Aldo hat mir verraten es gibt noch mehr Peruaner nur die konnte ich gerade nicht erreichen hier Guido sagt Saludos ich gehe ja sehr gut Guido Dankeschön Dankeschön Hannes ist auch dabei Hallo Hannes ja live aus Göttingen aus der Café Bar Inti ein bolivianischer Café Peruaner gibt es noch nicht und wir sehen uns demnächst wieder an dem nächsten Ort viele Grüße an alle nach Peru nach Deutschland und wo auch immer ihr gerade zuschaut Danke Tschüss